1 jawoll hallo hallo leicht verpeilter anfang ich hoffe man hört die Musik gut auf jeden Fall einfach nicht den Live-Spielen beachten der wird glaube ich eh nicht in Aufnahme aufgenommen oder keine Ahnung das werden wir schon sehen richtig ich muss die Musik erst mal ein bisschen regeln ja auf jeden Fall Tristan Tristan geht jetzt hier gleich wieder am Anfang ab Moment Tristan ich komme jetzt mal zu drücken ja 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 wir werden eine neue Serie immer starten die sich Let's Kill nennt in der Serie werden wir uns immer im GTA Online treffen und Snoops töten einfach ohne Grund weil wir da einen Fass haben ich weiß es ist ein bisschen unfair aber die Königin ziehen und ausrichten genau aber sowas so ein Hardcore mäßig egal wer es ist egal ob mit dem Savage mit dem Panzer mit was weiß was ich ja mit meiner eigenen Rakete wir werden zufällig kommen wir werden dafür darüber keine Macht haben weil wir alles über die normale PS4 aufnehmen wir haben keine Game Capture Card gar nichts es wird für uns wie für euch einen überraschenden Cut immer geben ja genau es kann auch mal sein dass wir mit einem unterbrochen werden würde ich euch empfehlen die nächste Folge wieder anzugucken das ist das ist wir beide auf wir laden auf beiden Kanälen auf einmal auf dem r unterstrichs geikiller unterstrich lp glaube ich und auf mein Landehof wir werden beide wir werden unsere Kanäle gegenseitig in der Videobeschreibung verlinken und hoffen euch es gefällt euch hoffe ich auch auf jeden Fall weil ich denke mal diese Loops gegen einen Öl ist auf also nicht gegen den Öl ist auf vor allem die immer nur mit Raketen rumschießen bei dem Fichser richtig so welchen hole ich denn mal auf das denn gut wo bist du denn ey du fährst ja wieder weg hier ich bin schon am Highway ach da wirst du ich hole mir jetzt eine Warsch dann 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 so ihr könnt auch mal in die Kommentare schauen wie ihr das so findet was wir verbessern sollen das können wir alles in die Kommentare schreiben wenn es euch nicht so gefällt halt irgendwelche Verbesserungsvorschläge das können wir alles unten reinschreiben falls ihr überhaupt was unten reinschreibt das ist mir egal das müsst ihr wissen Hauptsache wir wissen davon und ja ich würde mal sagen let's go jawoll war das ein Jump ja ich werde ich fahre erstmal an der ersten Zeit mit dem Kuruma na gut ich glaube Donny ich werde mir gleich mal den Searchen holen den Geschütz und ähm ich kann aber allein nichts mit ausfüsten ich glaube ich muss da Robin mit in den Savage reinsteigen oder? jo auf jeden Fall schlug und ich mach die alle mit Raketen fertig ey der Savage ist es der beste Kampffilie ohne Scheiß da musst du nicht nachladen meine Raketen kannst du jedes Mal weiter so schießen ich finde es so geil beim Savage kannst landen ach du wirst es oh ich muss es auch stellen dass ich dich anwischen kann im Moment Spieler Priorität Fremde was ist auch ich kann nicht einfach Angreifer machen lieber Fremde weil du kannst dann nur alle Spieler und nicht immer nicht angreifen so vollwirbeln so so musst du an der Seite Claps ok und ihr willst ja absnipern das wäre natürlich geil vom Heli aus also schau mal auf die Map wo ich hinfliegen soll ich glaube eh sowieso in die Stadt sind ja die meisten so ich muss mal schauen ob du auch bei mir die Festplatte noch genügend genügend Speicherplatz hat das Video ich habe noch 100 Gigabyte was wow ja das ist viel ich glaube mir die ganze Zeit Spiele runter deswegen ist es so ich habe auch letztes Mal wieder ausgemistet wie viel 100 Videos oder so eh das Video mindestens 5 Minuten du mit deiner Gags Mucke einer muss es doch ja ja schon klar ey mach ich hier auch mal Mucke an hier oah Chinesmusik hörst du das auch? oah 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 teine ahnung ich hörste dieses Lied aber ja gut ich höre das nicht richtig weil ich hab den Pol über den Fernseher laufen ach so okay Mingi heißt es jaパah da ja ne ohne Scheiße das tue ich den Zuschauer nicht an setz ich bin dann noch abhekt er die lokalen mit ihm gewittert hier ach so ja ja nicht gewitternde ist es regnet doch nur noch mal mehr hat geblitzt erholen wir uns den kopfgeld du bist links mehr ja okay ich richte mal die stellung aus setzt sich mit scheißen oder so halte ich mal ruhig wie ich schiefen kann wenn ich mal jetzt gab's b tristan hat das spiel verlassen tristan was ist denn mit der los schon wieder fliegt er gleich wieder raus ja es ist schon eine super folge hier und vertreten ganz schnell ja zwischen bildschirm gesehen weil ich schnell was machen muss da die mucke regnet hey hey ganz leute ich bin hier voll rum alles klar hier packt alles so rum wie immer natürlich zehnjährige alles zu bauen kann ich mal ein spieler töten weil die alle rumbocken na toll du nimmst nicht mal da geht ja auch nicht zum teil manches scheiße es geht ja perfekt los zum anfang oh shit das glaube ich killen die mich oder ja wir wissen was ich muss mich hier retten der heli raucht schon vor mich dieser wegschießt mit dem scheiß link raketen an aber ich glaube ich bin das dann ich finde es so übertrieben von roxa weil panzer faust ist kostet ob wir 100 kaufen und die lenk-rakete die viel viel besser ist kostet ob wir eins kaufen die logik das keine logik da ist keine logik vorhanden oder ja aber nun leckst grad übelste ja ganz toll ich schütze gleich ab oh je ja auch wenn kann man natürlich auch ganz super gelöst dass man den anderen auch nicht hört wenn man so die Stimme ertragen lässt und dann auch noch das haben die ganz gut gelöst ganz gut jetzt ist es liegt ein Charakter vom Heli raus alles klar der ich bin in einer Sitzung wenn du bist hier aus dem Heli rausgesprungen lieber ich habe vierstirne ich bin nur ganz oben war auf dem Turm von Meis Bank gelöst ja oh je 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 das habe wir schaffen irgendwie keine Ahnung tristan da jetzt gibt es liebe Tristan auch noch raus aus der Sitzung da fängt ihr auch super hier das ist hier die beste Folge er war ich muss sagen Tristan fliegt raus Tristan fliegt es Party raus Oje E zu Neuil für Bisschen Tristan fliegt es sein Schimisch ist bella in die Augen naja auf jeden Fall es müssen wir also viel viel besser machen wie jeder drittsetzt nicht der Partie gehalten gibt es die das sind nicht von mir Tristan Tristan er bin wieder da ja was ist denn schon wieder los mit dir ich glaube mein Internetleitung ist kaputt ja ich merke es nicht mehr so gut wie es eine oder die der er hat geboten mit dem habe ich mich gerade richtig ergebild wenn du fliegst die ganze Zeit raus Junge was ist denn los du mit deiner Bambusleitung oh Minkuruma so das Tyler schau mal auf die Uhr also ich werde so machen jede Folge 15 Minuten oder ich bearbeite das Video macht 30 Minuten raus keine Ahnung mal schauen wie würdest du es du machen Tristan ähm ich werde wahrscheinlich zeittechnisch wegen der Schule mit 15 Minuten raus und am Wochenende wenn ich mal Zeit habe also ich ja das gar nicht habe ähm da bearbeite ich das so dass ich 30 bis 45 Minuten habe also 3 Videos in einem jo also wir sind jetzt hier nicht die over over overpowered Let's Play oder was weiß ich wie Sarazar oder Kronk die hauen ja jeden Tag drei vier Folgen davon die einem anderen Spiel raus das ist schon echt eine Hammerleistung stimmt's Tristan wenn sie dir überlebt so hier niemals noch nicht wir würden uns selber ein Abo freuen von euch das würde uns mega freuen weil ähm ja wir sind einfach nur so eine kleine Gangster Gruppe die kleine Leute ja ja er ist so wir sind kleine Gangsters wir fangen aber groß an kleine Gangsters fangen groß an ja wir fährst in der Erde hier besoffener Sack den Weg nach die Bühne und bei der Bühne und im Tor wo ein nur da mal heißen wir haben hier ich schon mal gesagt es fängt zu fahren Ulisse der Ruhe ist er für das das ist eine Lenz Köln der Sone ist von Zeichen echt geil an hier sie bekommen ist es auch schon wieder ein paar minuten her was das ein Lappen oh ey du bist doch echt der größte Pussy ever was bist denn du viel einer hier aus der Reihe sehen warte können wir nicht mit dem drinnen die Hälfte sehr geil aber geht nicht der Worte ist bestimmt hey Moment alle zwei Polizisten Moment hey du musst es auch noch machen hier mit Maske und Dings wie so eine Sorteinheit so ich mach mal hier mit der ersten Folge Schluss oh wir sehen uns bei der zweiten Folge will ich mal sagen also oh das war nicht nett hier